Hast du meine Mutter gesehen? Hau ab, ich will hier ein Foto machen, Alter! Sie war heute Morgen noch da und jetzt ist sie weg. Mama? Oh nein, meine Mutter ist tot. Mom, lebst du noch? Oh mein Gott, warum soll die von einem Supermachtbesuch tot sein? Ach, ich liebe dich. Könnt ihr beiden endlich verschwenden! Diesmal wünsche ich euch einen schönen Muttertag. Ja, Muttertag. Wie immer viel Spaß noch.